Schau an, schau an, ich sehe Bahnhof. Ich hau gleich ab. Ja, dir blüht gleich was. In schwierigen Situationen abzuhauen. Hier blüht gleich was. Mir blüht gleich was. Ja, hier blüht was. Die Hagebutte blüht hier. In Olbernauer. Und was hast du gesagt? Ich verstehe Bahnhof. Ich verstehe Bahnhof, ja. Das ist keine Hagebutte. Blüht auch. Holunder. Holunder. Kannste für Tee nehmen. Und wenn es dann fertig ist sozusagen, kannst du es auch verwenden. Kannste Wein draus machen. Holunderwein. Lass uns Holunder holen.